Hey YouTube, das Selbstbestimmungsgesetz ist jetzt in Kraft und wir gucken ein Video dazu, weil tatsächlich ist das jetzt seit dem 1. November in Kraft. Wenn das Video rauskommt, ist es nicht mehr der 1. November. Und es gibt ein Video dazu und auch wie es in der Schweiz ist, weil das gibt es seit 2022. Und I mean da ist nichts Schlimmes passiert, überraschenderweise. Gibt es übrigens auch schon in anderen Ländern, zum Beispiel Argentinien, und da ist auch noch nichts Schlimmes passiert. Äh, möglicherweise ist alles einfach Panikmache. Und mit möglicherweise meine ich, ist es so. Ähm, und deswegen schauen wir da einfach mal ein bisschen rein. Grüezi miteinander. Am 1. November 2024 tritt in Deutschland das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft. Wir sehen uns einige Aspekte etwas genauer an und stellen natürlich... Ist das ein Bernadiner? Großartig. ...wie immer einen Schweizbezug her. Denn in der Schweiz gibt es dieses Selbstbestimmungsgesetz bereits. In Argentinien sind es tatsächlich schon mit Dingen die letzten Jahre passiert, ja, aber nicht bezüglich des Selbstbestimmungsgesetzes, das ist was anderes. Beginnen wir aber mit Deutschland. Was soll dieses neue Gesetz ändern? Im Prinzip ist es relativ einfach. Ja. Das eingetragene Geschlecht unter Vorname können mit diesem neuen Gesetz ganz einfach geändert werden. Betroffene Menschen müssen keine rechtlichen Verfahren mehr durchlaufen und auch keine Gutachten von Sachverständigen einholen. Wie gesagt, hier, das war wirklich eklig. Es wurden, also, wie gesagt, ich hatte noch Glück, ähm, mit den, also mit den, mit den, mit den, mit den Fragen so. Gut, ich wurde nach Sextellung gefragt, ich wurde nach, äh, Masturbationsverhalten gefragt, ich wurde sogar nach Psyche meiner Eltern gefragt, ähm, was irgendwie nichts, also absolut komplett weit weg davon ist. Wurde gefragt, ob ich mich sexuell hingezogen fühle zu Kindern, ähm, und welche Unterwäsche ich trage. Ich musste auch meine Unterwäsche vorzeigen. Ähm, aber damit hatte ich tatsächlich noch Glück, weil es gab GutachterInnen, die auch tatsächlich wollten, und dass man die Hose runterzieht, was absolut übergriffig und eklig ist. Aber mir wurde aber tatsächlich auch mein Gesicht begutachtet, ob das denn weiblich aussieht. Und ich dachte mir so, also ich hab's nachher in meinem Gutachten gelesen, ich wusste nicht, dass das währenddessen gemacht wird, aber es stand in meinem Gutachten drin, ähm, dass ich weibliche Gesichtszüge habe. Und ich denk mir so, also, sorry, aber was hat das denn damit zu tun, ob ich trans bin oder nicht? Was ist, also, wo sind wir denn hier? Wird als nächstes noch irgendwas vermessen da, oder was? Und das fand ich, also, das war schon echt widerlich einfach. Also, es war einfach wirklich widerlich. Und sowas sollte halt schon lange abgeschöpft werden. Jetzt ist es endlich Gott sei Dank weg, weil das einfach nur krass war. Um das Geschlecht und den Vornamen zu ändern, ist künftig die sogenannte Erklärung mit Eigenversicherung gegenüber dem Standesamt ausreichend. Für... Den Gutachter hatte ich, der wollte, dass ich komplett nachgedacht auf der Waage standen musste, das tut mir so leid. Weil auch das ist... Also, erstens, was hat auch die Waage damit zu tun? Was ist das für ein... Hä? Das gibt ja gar keinen... Also, das ist einfach nur eklig. Das ist einfach nur auch Machtmussbrauch und eklig. Für Minderjährige gibt es spezielle Regelungen, die die Sorgeberechtigten mit einbeziehen und voraussetzen. So, jetzt klären wir erst einmal die Begrifflichkeiten. Gut. Für wen ist dieses Gesetz überhaupt gedacht? Für trans- und intergeschlechtliche sowie nicht-binäre Personen. Ja. Das so ziemlich alle. Transpersonen sind Menschen, die nicht dem Geschlecht angehören, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Ich liebe alles daran. Vom Quillexikon, okay, gut. Gut, klar. Vom Quillexikon in Definition genommen, dann ist es dann. Da ist es immer auf der richtigen und sicheren Seite. Intergeschlechtlich sind Menschen, deren körperliches Geschlecht nicht mit der medizinischen Norm von eindeutig männlichen oder weiblichen Körpern zugeordnet werden kann. Und nicht-binär sind Menschen, die nicht eindeutig Mann oder Frau sind. Also sie verorten sich jenseits dieses binären Spektrums von Mann und Frau. Für genau diese Menschen soll es künftig einfacher werden, ihr eingetragenes Geschlecht anzupassen. Dass das sogenannte transsexuellen Gesetz durch das neue Selbstbestimmung... Ja, genau. Ich finde auch cool, dass er sagt, ihr das sogenannte transsexuellen Gesetz, weil transsexuell ist halt ein Wort, was eigentlich nicht mehr genutzt werden sollte, weil es halt einfach einmal eine Fremdbezeichnung war und eine, die pathologisierend war. Also transsexuell wurde er eben als Krankheit angesehen, beziehungsweise als höchste Form des Transvestismus und wurde dementsprechend halt eben, wie gesagt, als Krankheit eingeordnet. Und das ist halt nicht cool, deswegen sollte man es vielleicht nicht mehr so nutzen. Es gibt noch Menschen, die nutzen das als Eigenbezeichnung, aber ich finde es nicht als großer Überbegriff, ist nicht so cool. Zusätzlich, was halt immer noch wieder verwirrend ist, ist einfach das Ding, das transsexuell da drin steht. Mit Sexualität hat das nichts zu tun. Das ist eine geschlechtliche Geschichte und keine sexuelle Geschichte. So, und was hier einfach easy wäre, einfach trans. Das wäre das Simpelste. Das ist viel einfacher. Aber es ist ein viel kürzeres Wort. Das ist ganz, ganz einfach zu nutzen. Wir nutzen einfach trans. Easy way. Sonst gibt es noch theoretisch transgeschlechtlich als Wort. Das ist halt einfach das Gegenstück zu Transgender aus dem Englischen. Transgeschlechtlich geht auch. Transident geht auch. Gefällt mir persönlich nicht so. Aus dem Grund, dass es halt wieder nur... Ich mag es nicht in dem Kontext, weil es halt viel von TERFs genutzt wird, als ja, das ist ja nur eine Identität und nichts Echtes, was natürlich Bullshit ist, ne? Aber deswegen ist es halt nicht einfach nur eine Laune oder sowas, sondern es hat halt was direkt mit der geschlechtlichen Entwicklung und der Geschlechtsidentität zu tun. So, und mit dem Geschlecht zu tun. Und es ist nicht einfach nur ein Ding, was man sich irgendwie aussucht und so. Wie, keine Ahnung. Das ist, so meine Identität gehört jetzt, dass ich, weiß ich nicht, so einen gewissen Kleidungsziel trage oder so. Das ist so nicht. Das ist was anderes. Und deswegen mag ich es persönlich nicht. Das ist jetzt nicht per se falsch oder so. Es gibt auch Menschen, die das nutzen. Aber ich bin einfach kein Fan von. Das Gesetz abgelöst wird, ist nicht einfach ein wohlwollender Akt gegenüber betroffenen Personen, sondern hat handfeste juristische Gründe. Bereits mehrfach wurden Vorschriften dieses Gesetzes für verfassungswidrig erklärt. Richtig, also es wurden schon Dinge, als war es uns widrig, also es ist ein sehr, sehr löchriges Gesetz auch unter anderem, weil drinnen einmal, es war der Scheidungszwang war drin, man musste sich scheiden lassen. Natürlich natürlich logisch, weil wenn eine Frau, eine Transfrau dann das ändert und dann ist sie mit einer Frau verheiratet, das war ja überhaupt nicht okay. Das wurde aber tatsächlich vordessen gekippt, dass man offiziell als, also, also, bevor es die Ehe für alle gibt. Also, die ersten gleichgeschlechtlichen Paare gab es tatsächlich schon vor der Ehe für alle in Deutschland. Zusätzlich gab es einen Sterilisationszwang bzw. Operationszwang, sodass man natürlich, man musste steril sein, bevor man das macht, bevor man Personenstand und Namensänderungen durchmacht, was natürlich auch absolut widerlich ist und komplett in die Selbstbestimmung, in die körperliche Selbstbestimmung einbringt und natürlich auch geschichtlich gesehen sehr schwierig, auch ein bisschen zu sagen, okay, Transmenschen dürfen sich jetzt nicht mehr fortpflanzen und sollten sich nicht fortpflanzen können. Also, sehr schwierig. Klärt. Transpersonen mussten sich beispielsweise bis 2008 scheiden lassen oder bis 2011 sogar sterilisieren und geschlechtsangleichende Operationen vornehmen lassen, damit ihr falscher Geschlechtseintrag korrigiert wird. Das ist nicht zumutbar und verletzt das Recht auf Selbstbestimmung. Zudem waren die Prüfverfahren und die psychologischen Gutachten mehr als nur demütigend. Transmenschen mussten da unter anderem... Vor allem auch hier, da wurden ja Dinge, ähm, Dinge gefragt, die halt super widerlich waren und gleichzeitig warst du dem halt ausgeliefert. Also, es war ja ein Ding, dass du die Fragen auch beantworten musst. Du hast richtig viel Geld da reingesteckt, also es kostet dann so zwischen 2500 und 4000 Euro, äh, je nachdem, wie viel der Gutachter da nimmt, der da eklige Sachen über dich entscheidet und du möchtest natürlich auch, dass das Geld nicht in den Sand gesetzt ist, ne, weil das ist sehr, 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 sehr viel Geld, ähm, was du bezahlt hast und das heißt, du bist abhängig von diesen Menschen, die dich da gerade bewerten, die du bezahlt hast, ähm, und dass die dann auch was Positives zu dir schreiben. Das musst du dann tun. Und das heißt, du, du läufst Gefahr, wenn du eben diese ekligen Fragen nicht beantwortest, dass das nicht positiv für dich ausgeht und das ist natürlich auch ein riesiges Machtgefälle, was da ist. Schön, das stimmt. als Adjektiv. Oder transgeschlechtliche Personen. Der Begriff transsexuell wird in diesem Zusammenhang nicht verwendet, weil der Begriff gar keinen Sinn ergibt. Es geht nicht um meine Sexualität, sondern um meine... Ja, nicht nur. Ich finde tatsächlich, das ist der schwächere Grund. Also, ja, das stimmt, das ist wahr. Es ist irgendwie einfach nur auch irreführend und komplett vain. Aber es ist halt jetzt nicht... Es ist... Ich finde das andere schlimmer. Und logisch, der juristische Begriff im transsexuellen Gesetz diente der Diskriminierung betroffener Personen. Gewisse Aspekte reissen wir nur am Rande an, weil sie sowieso klar sind oder mit dem Vergleich zur Schweiz mit abgefrühstückt werden. Okay. Wir werden uns zum Beispiel nicht... Frühstücken wie die Schweiz. ...ansehen, ob es trans- oder intergeschlechtliche Menschen schon immer gab. Ja, gab's. Krass. Ich weiß. Aber das gab's schon immer. Ja, die gab es schon immer. Das ist nichts Neues. Und nein, man... Es gibt tatsächlich auch sehr viele geschichtliche, ähm, geschichtliche, äh, Aufzeichnungen dazu. Das ist tatsächlich nothing new. Und aber selbst wenn... Also ich... Das ist halt auch so eine Argumentation, wo ich denke, die ist eigentlich ziemlich irrelevant. Also ich finde sie gut, dass sie eingebracht sind, so. Ähm, weil sie ja immer wieder aufkommen. Aber vom Grunde finde ich das irrelevant, weil es doch scheißegal, ob es jetzt es gibt oder schon immer gab. Es gibt es ja dann jetzt. So. Also. Es gibt es jetzt offensichtlich, so. Es gibt Menschen, die sind trans. Es gibt Menschen, die sind nicht-binär. Jetzt müssen wir halt damit umgehen, so. Es ist scheißegal, ob es sie schon immer gab oder nicht. Und sie brauchen halt Menschenrechte. Sie hat nicht plötzlich trans, wenn darüber gesprochen... Der Umstandesamt sehr, sehr schön. Und auch den Termin nächsten Donnerstag sehr cool. ... und aufgeklärt wird. Identität und Sexualität sucht sich niemand aktiv aus. Diese angebliche Sorge, dass mehr Menschen betroffen werden, wenn mehr darüber gesprochen wird, existierte schon bei Homosexuellen. Richtig. Das ist ein Thema, dieses soziale Ansteckungsding ist totaler Bullshit. Natürlich werden sich mehr Menschen outen, wenn sie sehen, dass andere Menschen das gemacht haben. Auch einfach, weil es die Angst nimmt und natürlich darüber aufklärt. Aber diese Personen waren dann schon vorher trans, nur halt nicht geoutet. Es macht nicht mehr Menschen trans. Zusätzlich, was ich daran auch schwierig finde an der Argumentation, ist, dass du ja trans als was Schlechtes ansehen musst, um das als was Schlimmes zu sehen. Also es ist ja nichts Schlimmes, wenn viele Menschen trans sind oder mehr Menschen trans sind, weil trans sein nichts Schlimmes ist. Es ist nur was Schlimmes, also wenn viele Menschen trans sind, also wenn du es so empfindest, es ist nur was Schlimmes, wenn du trans sein als was Schlechtes ansiehst. Weil sonst wäre dir das dir doch egal, oder? Und ich hoffe, dass wir uns alle darauf einigen können, dass niemand aus eigenem Antrieb homosexuell wird. Der Mensch ist es oder... Das ist so wild, ey. Es gibt auch Menschen, die das immer noch so sagen. So als ob das einfach so ein Ding wäre. Es ist halt auch übelst Kacke in der Gesellschaft, weil auch Homosexuelle immer noch massivst diskriminiert werden. Und eben trans Menschen auch. So wenn ich mir das aussuchen wollen würde, dann wäre ich ein weißer Hedrozissmann. So either und... Also das... Da habe ich am meisten... Also da habe ich einfach am meisten von im Leben. Das würde mir sehr helfen. Und dann auch wieder dieselbe Frage, nur wie bei den letzten so selbst wenn, wo es das Problem ist. Wie gesagt, auch hier wieder nur was Schlimmes, wenn du es als was Schlimmes ansiehst. Ist es halt nicht. Jetzt die Brücke zu trans und intergeschlechtlichen Menschen zu schlagen, ist keine riesige Arbeit. Niemand sucht sich das aus. Kommen wir zur Schweiz. Mit dem Jahr 2022 wurde es in der Schweiz möglich, den Geschlechtseintrag ganz simpel anzupassen. Wir Eidgenossen haben also bereits ein Selbstbestimmungsgesetz. Ich weiß rückblickend nicht, weshalb das kein großes Thema war. Aber ehrlich gesagt bin ich unglaublich froh darüber. Es kam kein Referendum zustande. Es wurden keine Untergangsstimmungen bewirtschaftet. Ja, einfach mal, oh Menschenrechte, ja das klingt gut, das machen wir. Es wurden keine merkwürdigen Mythen in die Welt gesetzt. Wisst ihr, was da passiert ist? Ein Gesetz wurde angepasst und eine kleine Gruppe von Menschen hat es ein bisschen einfacher als zuvor. Krass. Das ist so schlimm. Denk doch an die Kinder. In den Jahren 2022 und 2023 wurde in der Schweiz 1890 mal der Geschlechtseintrag angepasst. Mit der Tatsache, dass in der Schweiz diese Möglichkeit existiert, sind alle Sorgen und Ängste, selbst wenn sie berechtigt waren, obsolet geworden. Diese ganzen Phrasen, die in der deutschen Diskussion herumschwirren, können an der Schweiz gemessen werden. Das empfehle ich auch Menschen, die sich in solchen Diskussionen bewegen. Das neue Selbstbestimmungsgesetz wird... Boah, der Amelung, ey. Das ist einer dieser Tokens, die halt immer gewählt... Also das ist, also der... Till Amelung ist quasi männlicher Persia X, ohne dass der halt so super viel Mobbing macht. Das ist noch ein Unterschied tatsächlich. Der hat Mobbing nicht kapitalisiert. Aber in Bezug halt auf so Selbstbestimmungsgesetz und Transmenschen. Till Amelung schreibt auch und gibt Interviews, glaube ich für Cicero war das, oder irgendein anderes, so ein rechtes Magazin. Ähm, und ist auch Inhaber der Gruppe Transgender Jeremy, glaube ich, auf Facebook. Also haltet euch da von bitte, bitte fern. Ähm, es ist halt ein typisches Token, so für Rechte. Wenn Rechte sagen, ey, guck mal, es gibt auch eine Transperson, die das sagt, dann kommt halt entweder Amelung oder Persia X. Das ist, it's always the same. ... Transpersonen mehr Schaden als... Auch hier, für Transpersonen besteht... Vor allem nur Akzeptanz in weiten Teilen der Bevölkerung, überhaupt nicht. So mehr Menschenrechte ist nichts Schlechtes für Transpersonen. Ich verstehe nicht, wie man als selbst als Transperson... Und er hat auch selbst das durchgemacht, das TSG. Und wie man das weiter verteidigen kann, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Bitte belegt das mit der Schweiz, weil alle Daten stehen in deutscher Sprache zur Verfügung. Es müsste das Einfachste überhaupt sein, die ganzen negativen Folgen eines Selbstbestimmungsgesetzes anhand der... Wo schadet das Gesetz der Akzeptanz? Es schadet einfach der Akzeptanz, wenn wir mehr Rechte haben. Genau, es sind Schade. Weil es gibt halt Menschen, die das nicht wollen. Und ich denke mir so, ja, aber die wollen das ja auch nicht, wenn wir sie nicht haben. Dann hätte ich gerne mehr Rechte und die haben trotzdem was dagegen, als die Rechte nicht haben und die haben was dagegen. Das ist ja absoluter... Also das ist ja kompletter Unfug. ...aufzuzeigen. Dazu gleich noch mehr. Der einzige wirklich maßgebliche Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz sind die Auswahlmöglichkeiten. Die Schweiz kennt nur Mann und Frau. Das deutsche Personenstandsgesetz erlaubt seit 2018 vier Ausprägungen. Aber ist das nicht auch europäisches Gesetz? Also sie sind nicht in der EU, das weiß ich, aber... Müssen die das nicht trotzdem einführen? Männlich, weiblich, ohne Angabe und divers. Ansonsten gilt auch das Argument nicht, dass man die Schweiz nicht mit Deutschland vergleichen könne. Sonst gerne mit Beleg nachweisen. Ich will hier wirklich jeder Form der Phrasendrescherei vorbeugen. Es gibt aber auch angebliche... Ein europäisches Gerichtshof-Urteil gibt es da, glaube ich. Das meine ich nämlich auch. ...Ängste, die aktiv gefördert werden und frei erfunden sind. Wenn ihr irgendwo etwas von Operationen oder was auch immer lest, das hat nichts mit dem Selbstbestimmungsgesetz zu tun. Sehr wichtig, ja. An den medizinischen Verfahren ändert sich nichts. Nichts rein, gar nichts. Nichts ändert sich dadurch. Absolut nichts. Man kommt nicht schneller an Hormone, man kommt nicht schneller an Operationen. Nein. Njet. Es ist so wild, wie das immer wieder reingebracht wird in der Diskussion. Und dann gesagt, ja, und dann werden Kinder operiert. Nein, werden sie nicht. Das ist absoluter Bullshit. Es hat nichts damit zu tun. Und auch da von Kinderschutz zu sprechen. Lass die Kinder sich ausprobieren. Lass die Kinder sie selbst sein. Und nicht irgendwie auferlegen, ihr müsst jetzt Mann und Frau sein und ihr müsst das sein, was wir bei der Geburt eingetragen haben. Sondern lass die Kinder sich ausprobieren und sich selbst finden. So, das ist doch das, was wir am Ende wollen. Und nicht ihnen direkt irgendwas aufdrücken von irgendwelchen Geschlechterrollen oder so. Und das hat nichts mit Kinderschutz zu tun. Absolut nichts. Zu sagen, ihr dürft davon nichts wissen. Oder ihr dürft das nicht machen. Oder, keine Ahnung, trans Menschen gibt's nicht. Das ist kein Kinderschutz. Das ist einfach nur Bullshit. Und vor allem bei Kindern ist es, also auch trans Kindern, ist es natürlich etwas, was zu sehr viel Stress führt. Wenn sie selbst nicht wissen, wer sie sind. Oder nicht... Oder halt von der Gesellschaft mitbekommen, dass sie schlecht sind, wie sie sind. Das ist kein Kinderschutz. Das ist genau das Gegenteil von Kinderschutz. Wenn das jemand behauptet, dann weiß er es nicht besser oder er lügt. Und vielleicht mal grundsätzlich. In so manchen Köpfen existiert scheinbar folgendes Szenario. Ein 15-jähriger Mensch besucht den Arzt. Ja, hallo Daniel, wie geht's dir? Ähm, Herr Doktor, mein Name ist Rose. Ich bin seit zwei Tagen eine Frau und würde gerne meinen Penis abschneiden. Hier, Operation. Ja, wunderbar. Um halb vier haben wir noch einen Termin frei. Ja, genau so war das tatsächlich bei meiner GR-OP. Nee, tatsächlich war's das nicht. Das war ein riesiger Kampf, da irgendwie ranzukommen an meine GR-OP. Das war sehr lange Zeit. Und mit vielen Beratungsgesprächen. Und viele Operationen, Vorbereitungsgesprächen. Es war tatsächlich exakt das Gegenteil als das. Wenn das so oder so ähnlich in deinem Kopf stattfindet, dann hinterfrage mal ehrlich, woher du deine Informationen hast. Das passiert so nicht. Eine andere Sorge ist... Stimmt, Trump hat auch gesagt, dass Schulen das ohne Wissen der Eltern einfach machen. Das stimmt, gerade in Schulen ist das immer ein Problem. Das war bei mir nämlich auch so. Also ich war eigentlich nicht trans. Und dann bin ich in die Schule gegangen und dann waren die da mit so einer Schere und haben dann einfach abgeschnitten und haben so gesagt, ey, du bist jetzt eine Frau. Und dann war ich eine Frau. Das ist ganz ohne die Einverständnis meiner Eltern. Das wäre krass. Das Auflösen weiblicher Schutzräume. Genau in der 5-Minuten-Pause, ja. Öffentliche Toiletten, Frauenhäuser etc. Das Selbstbestimmungsgesetz ändert am Hausrecht nichts. Gar nichts. Überhaupt nichts. Und übrigens jetzt schon gibt es trans Frauen, die in Frauen-Sauna sind. Und in Frauenumkleiden sind. Und auf Frauentoiletten sind. Ich weiß, das ist krass, aber das gibt es jetzt schon. Das ändert nichts daran. Absolut gar nichts. Um Frauen auf öffentlichen Toiletten zu belästigen, haben Männer bis... Das Gesetz gilt doch erst seit heute. Ey, ich weiß, krasses Ding. Aber auch schon vor meiner Personenstandsänderung, vor dem TSG, bin ich auf Frauentoiletten gegangen. Und wisst ihr, was krass ist? Es gab keine Schranke, die mich davon abgehalten hat. Und auch hier wieder dieses Jahr, als würden Männer das ausnutzen, um das zu machen. Männer brauchen das nicht. Also ich weiß nicht, wo ihr lebt und in welcher Welt ihr lebt, dass ihr denkt, dass Männer zum Übergriffigsein in die Frauensauna müssen. Das ist absolut nicht der Fall. Erstens passieren die meisten Übergriffe in einem Bekanntenkreis. Das heißt, man kennt die Menschen. Das ist nicht einfach random. Und zwar wirklich mit guter Anzahl die meisten. Und auf der anderen Seite ist es halt, wenn man übergriffig sein möchte, dann macht er das und geht nicht erst zum Amt, um da irgendwas zu ändern. Das passiert nicht. Weil, also gerade auch auf Toiletten, dann geht er auf die Toilette. Da ist keine Schranke, da gibt es nichts, was ihn irgendwie aufhält, da drauf zu gehen, sondern er macht das einfach. Es ist, ich verstehe nicht, wie das, diese Hetze funktionieren kann, weil sie einfach so simpel ist. Einfach, wenn man mal drüber nachdenkt, was das für ein Quatsch ist. Ich musste meine Freundin anfangs auch mit auf die Darmtoilette ziehen, weil sie sich nicht getraut hat und jemanden vor den Kopf stoßen wollte. Ja, es war bei mir auch so. Ich hatte auch anfangs da Angst vor, halt Angst vor Diskriminierung auch. Und das ist halt auch etwas, worin sich dann irgendwelche transfeindlichen Menschen nicht reinversetzen wollen. In Transmenschen, wie es denen in dieser Situation geht. Aber das ist eh etwas, was in der Diskussion unfassbar oft fehlt. Dieses Reinversetzen mal in Transpersonen oder in Transkinder oder in, ne, also da fehlt halt jegliche Empathie. Einfach. Und auch hier geht das doch mal in euren Köpfen durch. Stellen wir uns vor, ein Mann ändert aus niederen Motiven seinen Geschlechtseintrag. Aus niederen Motiven dringt er in ein Frauenhaus ein. Wird dann übrigens auch diskriminiert vor, also der muss ja auch alles ändern. So als ob das so nix wäre. Also der muss ja dann schon zum Standesamt gehen, muss alle Verträge ändern, muss die ganzen Bankkonten ändern, muss. Also das ist ja einfach so viel Aufwand. Und auf der anderen Seite kann er trotzdem einfach die Tür aufmachen und reingehen. So und warum sollte er sich diesen Aufwand machen? Das ist so surreal. Und in allen Ländern, wo es ein Selbstbestimmungsgesetz gibt, ist das keine Sache, die passiert. Also ich verstehe nicht, wie Menschen darauf reinfallen können. Das ist der Billigste vom Billigsten Populismus. Er belästigt da Frauen. Mitarbeiterinnen verständigen die Polizei und schildern die Lage. Triumphierend sagt der Belästiger aber, haha, ich habe meinen Geschlechtseintrag geändert. Und Surprise, man darf trotzdem keine Menschen belästigen. Das ist trotzdem illegal und man darf trotzdem verwiesen werden. Also das ist ja auch nochmal der weitere Punkt. Also tatsächlich, ich weiß, das mag jetzt auch wieder shocking sein, aber Frauen dürfen keine Frauen belästigen. Heftig, ich weiß das. Aber das ist nicht erlaubt. So und das machen Frauen tatsächlich auch. Auch Cis-Frauen machen das. Also es gibt auch Cis-Frauen, die andere Frauen belästigen. Und auch dagegen kann man vorgehen und diese Person rausschmeißen lassen. Das ist tatsächlich ein Ding. Das funktioniert. Das ist... Ich darf mich hier wie die Axt im Walde aufführen. Und die Polizei antwortet, joa, da sind uns die Hände. So wollen sie nicht strafen. Nicht, ja, ne. Ich denke auch, wenn die nicht wählen dürfen, dürfen sie auch nicht. Ach, die dürfen? Ach so. Ach so, halt. Ah, wusste ich nicht. Okay, sorry. Nee, dann wieder zurück. Alles gut. ...gebunden, viel Spaß noch. Das passiert doch so nicht. Und wenn euch diese Szenarien ehrlich Sorgen bereiten, dann müsstet ihr alles daran setzen, in Schweizer Frauenhäusern mal nachzufragen, wie das denn jetzt aussieht. Ihr müsstet euch tiefgehend erkundigen, ob... Oder auch mal die Deutschen fragen, wie das denn bei denen aussieht und das Verfahren aussieht. Die ja auch... Also die Frauenhaus-Kondensation sagt ja auch, das ist Quatsch. Dass ich das einfach Panik mache. ...überhaupt so passieren kann. Wenn ihr das nicht tut... Aber was wissen schon Profis davon? Irgendwelche Dudes auf Twitter wissen das viel besser. Und es einfach weiterhin behauptet, dann seid ihr nicht besorgt oder ängstlich, dann seid ihr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einfach transfeindlich. Ja. Es ist nichts Negatives passiert. Einer kleinen Gruppe von Menschen wurde ein bürokratischer Akt vereinfacht. Das ist alles. Die Schweiz ist der eindeutige Beweis dafür. Es gab keine große Aufregung. Es gab kein Referendum. Viele Menschen haben das gar nicht mitbekommen. Niemandem wurde etwas weggenommen. Jetzt noch ein anderer Aspekt. In Deutschland wurde die Wehrpflicht ja ohnehin ausgesetzt. In der Schweiz existiert sie und gilt nur für Männer. Da gab es natürlich die Sorge, Männer würden sich mit einem geänderten Geschlechtseintrag vor dem Militärdienst rücken. Und auch hier denke ich mir, vielleicht sollte man die Wehrpflicht abändern und nicht Menschenrechte beschneiden. Aber that's just my two cents zu der Geschichte. Passiert nicht. Die Zahlen geben es ja... Das ist ja aber auch nochmal das Ding. Das gibt ja so viele Gründe, warum du das ablehnen kannst. Also auch aus einer Wehrpflicht kommst du raus, ohne Personenstand- und Namensänderungen zu machen. Das funktioniert. ...überhaupt nicht her. Und wer stand da wohl im Verdacht? Natürlich diese, diese Vaterlandslosen Linken. Die würden doch dieses Gesetz ausnutzen. Ja, ich wurde ausgemusst und habe außerdem verweigert. Ja, das funktioniert auch. Der medial einzige Fall, den ich finden konnte, war dann natürlich auch ein junger Kommunist, der, äh, oh nein, Moment, das war ein SVP-Mitglied. Ui, 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 das hätte ich euch aber auch vorher sagen können. Denn Linke werden so ein Gesetz, das einer Minderheit hilft, nicht ausnutzen. Denn Schweizer Linke und Grüne haben so etwas wie Prinzipien und Werte. Das findest du ja unter Rechten tatsächlich sehr wenig. Für Rechtsbürgerliche unvorstellbar. Den betroffenen SVPler hat der geänderte Eintrag... Das war gut. Gefällt mir. Hey, Genosse, ich kenn dich noch nicht. Aber ich find dich gut. ...übrigens nichts gebracht, denn die Aushebung und Einteilung fand bereits vor der Änderung statt. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Echter Patriot eben. Was gibt es abschliessend zu sagen? Das Gesetz hat das Leben einer kleinen Gruppe von Menschen ein wenig einfacher gemacht. Der Schaden liegt bei Null, medizinische Fragen bleiben unberührt und auch andere Sorgen und Ängste sind unbegründet. Und wenn du jetzt findest... Ja, du linke Drecksau, das ist doch alles gelogen. Ja, du linke Drecksau, das ist doch alles gelogen. Das ist doch linksgrüne Propaganda von den Grünen. Bitte, dir steht ein ganzes Land zur Verfügung, dessen Daten in deutscher Sprache zur Verfügung stehen. Das ist ein guter Lörtschuh, klippt das jemand? Es ist also die Bringschuld der Gegner, ihre Ängste und Sorgen zu begründen. Oder, wenn sie denn redliche Menschen sind, davon Abstand zu nehmen. Zu sagen, joa, ganz so schlimm ist es dann scheinbar doch nicht. Die Schweiz steht ja noch. Und auch Deutschland wird mit dem vollständigen Inkrafttreten des Selbstbestimmungsgesetzes nicht untergehen. Versprochen. Selbstverständlich werden transfeindliche Kommentare und Lügen zum Selbstbestimmungsgesetz ausnahmslos gelöscht. Ihr findet alle Informationen in der Videobeschreibung. Nice. Liest euch das Zeug selbst durch, wenn es euch interessiert. Und wenn es euch nicht interessiert, kann es euch auch egal sein. Das stimmt. Euch wird nichts... Ja, wir haben ja auch den Artikel gelesen, wo drin steht, dass die Leute, die keine Ahnung haben, am meisten dagegen sind. Und dann denkt sich auch so, dann hat euch doch einfach fern, wenn du keine Ahnung hast. Weggenommen. Aber lasst euch nicht von irgendwelchen Schmutzkampagnen aufhetzen, wenn es darum geht, einer kleinen Gruppe von Menschen das Leben ein wenig einfacher zu machen, während alle anderen überhaupt nichts verlieren. In diesem Sinne, merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. War ein cooles Video. Vielen lieben Dank dafür. Hat mir sehr gefallen. War sehr schön. Und alles einfach so auch sehr, ja, so unaufgeregt einfach nacheinander. Einfach mal alles so ein bisschen aufgerollt. Fand ich super schön. Fand ich richtig toll. Auch richtig gut erklärt alles. Ey, deswegen vielen, vielen lieben Dank, Zeitgenosse, für das Video. Lasst da gerne Liebe da. Lasst ein Like da. Lasst einen lieben Kommentar bei Zeitgenosse und sagt, ja, geil, SBGG ist da. Hier, da könnt ihr das einmal machen. Macht das mal lieber jetzt, damit es später nicht vergesst. Einfach mal ein Abo da lassen, ein Like da lassen und vielleicht reinschreiben, ey, cool, das SBGG ist da. Danke für deine Unterstützung. Guck mal. Das ist doch richtig easy. Das könnt ihr einfach jetzt machen. Das ist Unterstützung. Unterstützung gerade unter Linken sollte mehr sein. Meines Erachtens nach. Wir sollten uns mehr wieder unterstützen. Und dann macht es doch. Oder? Gedrul. Oder? 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 Или? Oder? Oder?